Die Johann Wolfgang Goethe-Straße, die gehört natürlich mir. Das macht dann einmal 24.000. Das gibt eine 6 noch. Nur weil ihr zusammengearbeitet habt. Jetzt seid doch kein schlechter Verlierer. Es geht doch um den Spaß beim Spielen. Das sagst du doch nur, weil du gerade am Gewinnen bist, ne? Und daran sieht man, dass Deutsch das beste Fach ist in der Schule. Eine 4. Das reicht aus. Parkstraße. So, Sporsfreund. Das macht dann einmal 30.000. Naja, einmal ist keinmal. Die Friedrich-Schiller-Straße gehört zufällig mir. So, dann bin ich wieder dran. Zweimal eine 1. Das ist jetzt eher nicht so meins. Schlossallee. Das macht dann einmal 40.000. Beim zweiten Mal sollten so langsam die Alarmlocken läuten. Und beim dritten Mal habe ich dann auch wirklich keinen Bock mehr auf dieses Sch***-Spiel, ne? Eine 8. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Ereignisfeld. Drücke vor bis zur Schlossallee. Ja, dann habe ich ja gewonnen, ne? Wir sollten jetzt langsam mal zurück in den Unterricht. Wie findet ihr das? Neue Klassenarbeiten. Mit versteckter Rückseite. Beeindruckend. Gar nicht schlecht, aber das ist noch gar nichts. Ein Mathetest, bei dem man die Aufgaben nicht versteht. Und, wie findest du das? Ihr beide habt ja einen guten Geschmack, aber das habt ihr noch nicht gesehen. Ein Biologietest, bei dem man die Abbildung nicht erkennen kann. Ja, ist in Ordnung. Wie sieht's denn aus bei dem Englischlehrer? Eine Höraufgabe, bei der man nichts versteht. Hey, ist alles okay bei dir? Du bist ja ganz schön am Spitzen, ne? So, Sportsfreund. Zwei Karten ziehen, ne? Du meinst wohl Mathefreund. Das gibt eine 6, ne? Jetzt musst du 6 Karten ziehen. Wenn wir mit diesen unfairen Regeln spielen, musst du jetzt stattdessen 10 Karten ziehen. Außer du machst stattdessen 10 Liegeschütze, ne? Die mach ich ja mit links. Das war jetzt aber kein einziger. Das heißt, du musst 10 Karten ziehen. Das gibt eine 6. Uno, dann bin ich ja jetzt auch mal wieder dran. Und? Uno, wenn du jetzt nicht beendest, dann hab ich auch gewonnen, Mathe. Ähm, ja, was für ein Zufall, dass ich auch eine 9 habe. Das gibt eine 6. Äh, ich meine 9. Naja, dann hab ich ja gewonnen. Passiert. Äh, Moment mal, das ist ja eine 6 und keine 9. Dann wünsch ich noch einen schönen Tag, ne? Simula! Was kommt denn alles rein, Chef? Nur Fleisch. Wie war das? Ich sagte ja nur Salat. Ja, Salat. Wahrscheinlich. Du kannst dir mal im Handum drehen, die Radieschen von unten ansehen. Bist, was du isst. Also ein Lauch. Lieber Bauchfacken oder Schweinenacken. Da bin ich dabei. Salat, nicht das Gelbe vom Ei. Du bist ein Kek. Nur Salat. Pommes oder Reis. Doch ich bin der Chef. Kriege zum halben Preis sein Döner. Doppelte Menge. Nur Fleisch. Hier, bitteschön. Ein Döner nur mit Fleisch. Für den Chef bitte mit Fleisch. Äh, wer ist der Chef? Du, sicherlich nicht. Bist, was du isst. Das sieht man an deinem Schweinegesicht. Nur Fleisch nicht allzu saftig für den Psychopath. Doch der Döner für den Chef. Grün und knackig. Nur Salat. Deine Chancen stehen nicht gut. Das gibt eine 6, Moch. Einmal ist keinmal. Jetzt sollten bei dir so langsam die Alarm docken, Leuten. Denn beim nächsten Zug ist schon Schachmatt. Deine Chancen stehen immer noch nicht gut, Moch. Schach. Auch immer ein bisschen nachdenken. Denn jetzt verlierst du auch noch deine Königin. Schachmatt? Moch. Naja, passiert. Gut gespielt. Was möchtest du denn frühstücken? Wie wär's denn mit Cornflakes oder Müsli? Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Hab ich gestern auch eingekauft. Wie wär's mit? Früchtemüsli. Mit extra Rosinen. Hast du nicht vielleicht auch irgendwas ohne Rosinen? Ohne Rosinen. Zum Beispiel Honeypuffs, Nougatbits, Cinniminis. Sieht gerade leider schlecht aus. Ach nee, warte mal. Ich hab noch Haferflocken. Bestimmt mit Schokolade. Nein. Nur Haferflocken. Hier ist gar keine Milch im Kühlschrank. Ich hab keine Milch. Ja, aber mit was denn sonst? Mit Wasser natürlich. Mit Wasser? Sehr lecker. Oh nee, ich hab keinen Bock auf die Schule. Endlich sind die Ferien vorbei, Nougat. Guten Morgen, liebe Klasse. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien, Nougat. Denn jetzt gibt es erstmal die Klassenarbeiten zurück. Ach ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob die gut lief oder nicht. Die Klassenarbeit ist sehr gut ausgefallen, aber leider eine 6, Nougat. Bitte nicht die 6, bitte nicht die 6. Was schon? Das gibt eine 6, Nougat. Was? Beim nächsten Mal ein bisschen mehr anstrengend. Sie haben drei Aufgaben von mir gar nicht korrigiert. Ja, da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Ne? Die Schüler freuen sich schon ein bisschen auf den Sportunterricht, ne? Digger, voll unnötig. Warum bist du am Rauchen vor dem Sportunterricht? Was interessiert mich der Sportunterricht? Was ist, wenn das der Sportlehrer sieht? Herr Na und? Da ist der, da ist der. Sascha? Das ist nicht von mir, das ist von ihm. Ja, ja. Und? Was war ein Loser? Simulant! Und? Hast du meine Hausaufgaben schon gemacht? Sag nicht! Ähm, ja, ich bin gerade fertig geworden. Wie sieht's denn mit der Bezahlung aus? Hier, das sollte reichen, oder? Also bei dem Schnäppchen komme ich morgen wieder. Natürlich, komm gerne wieder vorbei. Was, mein Idiot? Ey, schon wieder eine 5. Aber? Da lässt sich ja bestimmt noch was dran ändern. Ich glaube, Ihnen ist beim Korrigieren ein kleiner Fehler unterlaufen. Das kann ja gar nicht sein, noch? Na nun, wo kommt denn das ganze Geld her? Naja, ich denke auf jeden Fall, dass ich eine bessere Note bekommen sollte. Wenn Sie verstehen, was ich meine? Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Na, wenn das so ist, dann gibt das wohl eine... 6, noch? Denn das ist leider ein bisschen zu wenig Geld. Noch?